Guten Tag, ganz schnell. Für einen Euro, wie heißt unser Ministerpräsident? Hier in Hessen? Ja. Voll kaputt hier. Für einen Euro sagen Sie nichts. Richtig. Schönen Tag noch. Für einen Euro, was reimt sich auf Kassel? Scheiße. Für einen Euro, was reimt sich auf Kassel? Rassel. Das ist richtig. Für einen Euro, wie heißt der hessische Ministerpräsident? Rapus. Vogelmann? Nein. Schade. Nein. Stark. Ich habe irgendwas mit B. Boutier oder so, Ellen? Wir nähern uns, Mann. Er, 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 wie, er, wo, er, ähm, bo, bouffier. Bärenstark. Wie heißt der hessische Ministerpräsident? Bouffier. Das ist richtig. Mit wie viel F schreibt man Bouffier? F2. Das ist richtig. Das ist welche Geschmacksrichtung? Habarberhembeere. Das stimmt auch. Schönen Tag noch. Für einen Euro, wie heißt der hessische Ministerpräsident? Äh, Bouffier. Das ist richtig. Das ist ihr Euro. Mit wie viel F schreibt man Bouffier? Äh, mit, mit, mit E... Einen. Ne, zwei. Sind Sie noch in der Findungsphase? Hallo, ganz schnell. Für einen Euro, was reimt sich auf Kassel? Oh. Assel? Ja, da ist er weg. Schönen Tag noch. Assel. Kassel, Assel, verstehst du? Rassel, Schlamassel, Bingo. Ihr seid die aller, allergrößten. Hasseln, Hasseln, Hasseln. Weltklasse. Wiener Hans. Vielen Dank.